Wusstet ihr, dass die Monarchen Wilhelm II. von Deutschland, Nikolas II. von Russland und George V. von Großbritannien Cousins waren? Sie waren alle Enkel von der britischen Königin Victoria. Was komisch erscheint, wenn man bedenkt, dass sich ihre Länder gegenseitig im Ersten Weltkrieg blutig bekämpft haben. Doch nur weil sie Familie waren, hieß es nicht, dass sie sich mochten. Besonders der deutsche Kaiser Wilhelm II. war bei den Briten nicht gerade beliebt. Als der Erste Weltkrieg endete, war Wilhelm II. im Exil und Nikolas II. tot. Nur George V. blieb in seinem Posten und bekam Nachkommen von den einen, die ehemalige britische Königin Elisabeth II. ist. Das war's mit dem Video, vergisst nicht zu liken und abonnieren.